ja ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Maikhoff um wir spielen wo hat es zu tun Einzelspieler gestern neue Welt Let's play Spielmodus Hardcore weitere Optionen Lassen wir mal so Bauwerke generieren an Welttipp Standard Na Standard Cheats aus, 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 aus Fertig Neue Welt erstellen Und ich werde jetzt auch nicht nach jeder Folge Pause machen Sondern ich werde jetzt durchgehend aufnehmen und dann halt die einzelnen zusammenschneiden die Folgen Ich habe Texturenpakete drin Ich kann ja mal unten verlinken einfach Erstmal ganz schnell bevor es Nacht wird die ganzen Manns zuhause abbauen Erstmal Holz Tiere und Kohle ist das Wichtigste Anfang Das war ganz viel Holz, 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 Holz So Ach ne Ähm Und zuerst So Spitzhacke Eine Axt Ähm Ein Schwert Was brauchen wir noch? Mehr brauchen wir erstmal nicht Axt Komm 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 Marina schnell der Flasch of Träume mehr fleisch es ist cool hier kohle hier ist eine hölle ich brauche kohle vorher ich brauche in eh keine wille So, lass'n mitnehmen hier, ist die Sonne, boah ich brauchte nur Kohle, da hinten ist ein Berg, dafür nur eure Kohle. Komm, lauf, 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 lauf. Ach, ich denke mal hier hinzu, ich bin auch blöd, ey. Schnell'n bisschen Stein noch abbauen. Komm, komm, komm. Cool, das war gut. So viel will wirklich mitnehmen. Komm, rausbauen hier. Jetzt muss ich erst mal kurz den Ofen machen, um was zu essen. Ach, falsch. So, Ofen. Lass' mal Essen rein. Okay, sind keine Monster, auch gut. Wenn ich das Textur im Paket gefällt, könnt ihr aber sagen, ich schreib's ja nicht auf jeden Fall unten rein. Und, ähm, dann werde ich auch noch, äh, falls's euch nicht gefällt, das wieder rausnehmen, anderes reinmachen. So, komm. Das abbauen hier. Bis draußen mit Nacht. Witz noch nicht. Mach ich mir erst mal schnell fackeln. Mach ich mir mal ein paar. Ja, das soll erstmal reichen. So, komm. Oh, komm. Jo So, so Drückgangshöbel . Dann wollte ich hier erstmal zu . Aber, ich brauche mein, ich brauche mein, ich brauche nicht... Ich boe, ich brauche heute. Ah, verdammte fatal. hat unser Unterflug um 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 es kann sich unter an nach der Konferenz und es ist ein hat vor das Leben regeneriert sich aber halten ich mich langsam wenn ich den Kader ja es gibt es auch zu sagen ich probiere es am Anfang es war hier ein unterschluck zu machen wo ich immer alles lagern kann ich erst in eins oder zwei folgen werde ich da erstmal ausbauen schnell so hier ist es zu hier oben ist man so weit zu naja geht so ich habe ich dann holz ja was draus machen erst mal ein paar stäbe hier wieder zuckerrohr kann man pflanzen so erst mal stein abwarten war es mit der schwitzhacke hier das war ein unterschritt zu weit das war zu machen das gleiche nacht fährt schnell hier rein hier Oh, das war noch nicht sicher hier. Abholst du denn hier? Oh, jetzt wird's dunkel gleich. Scheiße. Wie schnell rein. Dann brauche ich mich doch hier erstmal runter. Dann brauche ich mich am besten rein. Komm, brauchen wir uns hier rein. Ich muss erstmal warten, was für Tag wird, bevor ich rausgehen kann. Weil gegen die Monsterchen komme ich noch nicht an. Mal gucken, wo wir rauskommen. Mal gucken, wo wir rauskommen. Wie viel das ist. Wie viel Kies das einfach ist. Komm, hol dich jetzt durch hier. Warum ich eigentlich mein Kopf gespielt habe? Ich hab irgendwie mittlerweile kaum noch Lust auf COD. Oh, du willst das kurz wie lang sagen. Alles nur 2H. Ich hab gedacht, da muss ich irgendwas Neues machen. Ich hab jetzt nichts anderes auf dem Rechner mehr, was ich spiel kann wirklich. Oh. Zombie? Zombie? Das ist ja einfach wie ein Zombie. Über uns. Spannend. Das ist ja auch nicht mehr. Oh. Oh, und ich hab ein Zombie. Oh. Oh. Ich werde es nicht mehr in den Schrauben sehen, aber nicht mehr in den Schrauben.